Hallo, mein Name ist Simon Putschmann, Fotograf und Regisseur. Hallo, mein Name ist Julia Bayer. Ich bin Fotografin aus Berlin. Mein Name ist Siegfried Hansen und ich komme aus Hamburg und ich fotografiere im Bereich der Streetfotografie. Ich bin Anatol Kotter, bin Fotograf aus Hamburg und Berlin. Mein Name ist Nomi Baumgartl, Fotografin und seit 48 Jahren bin ich mit meinem Leica-Auge im Einsatz. Hallo, liebe Leica-Freundin. Ja, mein Name ist Herbert Piel, ich bin Reportagefotograf. Hey, mein Name ist Philipp, ich bin Fotograf und Filmemacher, bin der Teamfotograf von den Haku Mördens-Kralsheim und der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ja, guten Tag, mein Name ist Norbert Rosing, ich bin Naturfotograf und fotografiere seit über 30 Jahren mit Leica. Ich bin Shiuma Wender, ich bin 32 Jahre alt, Fotografin, stolze Besitzerin einer Leica SL2 und sitze hier aktuell in meinem Berliner Wohnzimmer. Expect the unexpected. Ich liebe es, meine Kunden und mich selber zu überraschen, etwas Neues auszuprobieren, Dinge zu entdecken. Ich liebe Serendipity, also Happy Accident. Aber man muss auch in der Lage sein, diese zuzulassen, zu akzeptieren. Reduziert, poetisch und rätselhaft. Meine Fotografie in drei Worte zu beschreiben, ist nicht einfach, aber ich würde sagen Farben, Formen und Linien. Seele, Geist, Licht. Mein Stil, würde ich beschreiben, besteht aus Sehen, Begreifen und dann Umsetzen. Mein Stil in drei Worten, nah, ehrlich und authentisch, würde ich sagen. Also meinen Stil würde ich lieber von anderen Leuten beschreiben lassen, als von mir selber, ehrlich gesagt. Ja, was soll ich sagen zu meinem Stil? Mein Stil ist eher klassisch, ist präzise. Ich würde sagen, ich suche mir die schönsten Landschaften der Welt. Ich suche mir die interessantesten Tiere der Welt. Ich versuche mich in diese Landschaften und Tiere hineinzudenken und versuche dadurch, auch durch sehr langen und sehr langwierigen Zeitaufwand, die Bilder zu bekommen, die ich gerne haben möchte. Die erste Frage, die ihr gestellt habt, ist die schwierigste für einen Fotografen. Wie würde ich meinen Stil beschreiben? Ich denke, vor allen Dingen, wenn ich Menschen fotografiere, bin ich immer wieder auf der Suche nach filmischen, grafischen und gleichzeitig aber gefühlvollen Momenten. Ich suche die Ruhe in der Bewegung, in dem jeweiligen Moment, versuche das einzufangen. Und wie jeder Fotograf, jede Fotografin, suche ich auch immer wieder das einzige Bild oder das einzelne Bild, das die Geschichte auch komplett erklären oder erzählen kann. Auf Serendipity zu warten oder zu vertrauen, das funktioniert nicht. Der Zufall ist ein unzuverlässiger Freund. Aber wenn er einen besuchen kommt, dann wird es spannend. Machen, machen, machen. Und dann noch mehr machen. Immer versuchen, am Ball zu bleiben. Neues auszuprobieren, es weiter zu versuchen, spielerisch mit dem Medium umgehen. Und auf die Schnauze fallen, aber wieder aufstehen. Das alles geht nicht von heute auf morgen. Es kann auch ein paar Jahre dauern. Ich bediene mich gerne der schwarz-weißen Bildsprache, denn das hat mir von Anfang an geholfen, Dinge zu verdichten und auch eine gewisse Zeitlosigkeit in die Bilder zu bringen. Also das schwarz-weiße bringt die Sachen auf eine abstraktere Ebene. Sie sind losgelöster aus dem Kontext. Und das gefällt mir sehr gut, um den Bildern eine allgemeingültigere Konnotation zu geben. Bekannt bin ich für meine grafische Bildkomposition, in denen ich alltägliche Situationen in einem anderen, häufig ungewöhnlichen Blickwinkel oder Ausschnitt fotografiere. Die Hingabe für den Augenblick, ihm Raum zu lassen, zu entstehen und ihn authentisch zu belichten. Ich halte es für eines der wichtigsten Voraussetzungen für einen guten Fotografen, dass er in der Lage ist, zu sehen. Sehen kann man lernen, sehen kann man trainieren. Dann natürlich die Situation begreifen, die Umstände begreifen, was passiert da und dann anschließend natürlich mit dem bestmöglichen Werkzeug, was zur Hand ist, wie eben Leicas, das Thema umzusetzen. Ich glaube, dass ich immer sehr nah dran bin, weil ich viel mit Weitwinkeln arbeite, also 28 Millimeter mit der Q2. Und ehrlich, weil ich wenig inszeniere, so gut wie eigentlich gar nichts. Ich versuche, Situationen zu antizipieren und dann mit denen zu arbeiten und sehr, sehr schnell und gefühlt gut auf sie zu reagieren. Und authentisch, weil ich Situationen liebe, die einfach entstehen, irgendwie geschuldet schon den zwei Punkten davor. So war es für mich zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Als ich 1988, 1989 mit der kanadischen Arktis anfing, sah ich diese enorm klare Luft der Arktis. Ich sah die unglaublich helle Sonne, den tiefblauen Himmel. Und das wollte ich nur mit einer Kamera darstellen, von der ich wusste, dass sie die besten Farbwiedergaben haben. Und ich habe mir damals eine Leica Kamera ausgeliehen. Das war damals eine R6 und habe dann damit Testaufnahmen gemacht. Und als ich wieder nach Hause kam und die Dias auf dem Leuchttisch liegen hatte, war für mich klar, von jetzt ab fotografiere ich Leica, weil die Leica R-Objektive, die ich damals verwendet habe, zeigten mir genau die Arktis so, wie ich sie mir vorstellen wollte und mir vorgestellt habe. Super klar, super sauber, brillant ohne Ende. Und dem Ganzen bin ich dann treu geblieben. Wichtig für meine Arbeit, mein Stil würde ich sagen, ist wie gesagt das einzelne Bild auch, das individuelle Bild. Jedes Bild muss auch für sich alleine stehen können, seinen eigenen Platz haben. und ein ganz eigenes Gefühl, eine ganz eigene Geschichte erzählen können oder vermitteln können.